Hallo und herzlich willkommen zurück zu Get On Board. Heute mit den Top 40 bis Top 31 Spielen aller Zeiten, meiner Meinung nach. Vielen Dank an euch erstmal für die ganzen neuen Abonnenten. Ich habe ja gesagt, dass diese Videos dann in den regelmäßigen Abständen je nach Abonnentenzahl kommen werden und diese Serie fortgeführt wird. Ich freue mich sehr darüber, dass ich diese Top 40 bis Top 31 jetzt machen kann. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich bin selber überrascht, wo manche Spiele gelandet sind. Ich habe im Prinzip ja nichts anderes gemacht, als gesagt, dieses Spiel spiele ich lieber als das, also es ist über diesem hier. Und dann ist diese Liste dabei rausgekommen und ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit, weil, ja, also sind alles sehr, sehr gute Spiele. Dieses Mal in dieser Top 10 Serie sind tatsächlich zwei dabei, die letztes Jahr rausgekommen sind. Eins ist dabei, was ich schon länger kenne und länger habe, aber dieses Jahr erst im Deutschen erscheinen wird, worauf ich mich auch sehr freue über die deutsche Umsetzung. Das heißt, und ich glaube, alle Spiele sind gut verfügbar. Eins vielleicht ein bisschen schwieriger zu bekommen, aber, ja, wenn sie euch gefallen. Ich habe ja immer die kleinen Thumbnails unten, wo ihr dann gucken könnt, wie sie aussehen quasi und wo ihr dann selber nach recherchieren könnt, ob die noch verfügbar sind. Und ich hoffe es immer, weil dann ist es natürlich für euch auch ein bisschen einfacher, die nachzuspielen, wenn ich es euch empfehle. Aber genug Gebrabbel, lasst uns loslegen mit Nummer 40. Nummer 40 würde ich einen modernen Klassiker nennen, ist die Schlösser des König Ludwig oder Castles of Mad King Ludwig im Englischen. Moderner Klassiker deswegen, weil so alt ist das Spiel noch gar nicht, gebe ich zu. Aber irgendwie hat das bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Leuten schon den Status eines modernen Klassikers, weil dieses Prinzip so simpel, aber doch komplex ist. Klingt jetzt kompliziert, ist es aber gar nicht. Für Leute, die zum Beispiel Isle of Sky mögen, was ja Kennerspiel vor ein paar Jahren geworden ist, Kennerspiel des Jahres, für die ist das vielleicht tatsächlich was. Weil so, also es ist schon beliebt, es ist auch ein Kennerspiel-Tipp, glaube ich, hier die Schlösser des König Ludwig. Aber ich höre seltener Leute darüber reden, als zum Beispiel jetzt Isle of Sky oder andere Spiele, wo ihr Plättchen zusammenlegt. Bei dem Spiel ist es so, dass es keine rechteckigen Plättchen, alle gleich aussehend gibt, sondern ihr baut das verrückteste Schloss, was ihr nur könnt, mit komischen Fluren und Kellerräumen und Wohnzimmern und Gärten und was auch immer. Und die sehen alle unterschiedlich aus, haben alle unterschiedliche Größen. Das heißt, wenn ihr danach auf euer Gebäude, auf euer verrücktes Schloss guckt, sagt ihr wirklich, boah, okay, ich habe wirklich ein witzig, cooles, verrücktes Schloss gebaut, was teilweise auch sehr viel Platz auf dem Tisch wegnehmen kann. Dazu kommt, dass immer einer der Master-Builder ist, also in jeder Runde darf dieser Spieler sich die Preise aussuchen, von allen Plättchen, die auf dem Tisch liegen und es zur Verfügung stehen. Und die Gegner zahlen ihm dann das Geld. Es geht immer wieder rum, sodass es auch ausgeglichen ist. Und dieses Preisfestlegen ist auch faszinierend, weil man dadurch die Interaktion zustande kommt, was baut ihr eigentlich, was für Schlösser baut ihr eigentlich? Okay, du baust viele Kellerräume, das heißt, den Kellerraum mache ich richtig teuer, damit du mir viel dafür zahlen musst, aber nicht zu teuer, dass ich überhaupt nichts mehr dafür bekomme und du lieber ein ganz günstiges Räumchen kaufst und dafür ich nicht mehr so viel bekomme. Die Optik ist gewöhnungsbedürftig, es ist jetzt nicht die schönste grafische Darstellung der Räume, aber wenn das so zusammenkommt und nachher halt euer Schloss da liegt, das sieht schon echt cool aus und macht immer wieder Spaß. Es gibt eine tolle App, die ich auch schon ein paar Mal gespielt habe, so zwischendurch. Und ihr kennt das ja, wenn ihr mal eine Brettspiel-App gespielt habt. Das nimmt eigentlich einfach viel Arbeit ab, anstatt dann irgendwie 60 Minuten so ein Brettspiel aufzubauen oder wenn man auch gerade mal keine Gegner zur Hand hat, das in der App zu machen innerhalb von 25, 30 Minuten, wenn man auf einen Zug wartet oder sowas, macht sehr viel Spaß. Habe ich sehr, sehr häufig gespielt tatsächlich und ein sehr cooles Familienspiel, weil es im, ich würde sagen, im unteren Kennerspielsegment angesiedelt ist. Wobei Leute, die so ein paar Probleme haben mit Analysis Paralysis, also die zu oft darüber nachdenken und die vielleicht ein Problem mit haben, welche Preise setze ich jetzt für welchen Raum fest, die sollten vielleicht ein bisschen mehr Zeit einplanen, wenn sie das Spiel spielen. Aber ich mag sehr gerne Nummer 40, die Schlösser des König Ludwig. Nummer 39 ist tatsächlich, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe, mein Lieblings-Stefan-Feldspiel und heißt Die Speicherstadt. Gibt es auch eine super Erweiterung zu, die leider überhaupt nicht mitzubekommen ist. Speicherstadt ist, glaube ich, noch zu bekommen. Habe ich zumindest letztlich noch in einem Spielladen stehen sehen. Und Speicherstadt ist für mich das beste Feld, wenn ich mich nicht verguckt habe, auf den oberen Gefilden meiner Liste, weil es kein typischer Feld ist. Feld, Stefan Feld, ein Designer, der normalerweise dafür steht, dass er ganz viele Mechanismen einfach in so einen Topf wirft und man für ganz, ganz viele Sachen in einem Spiel Punkte bekommt. Man kriegt hier auch viele Punkte in so einem Spiel, aber nicht durch tausend verschiedene Arten. Es ist, ihr baut eine Stadt zusammen und es hat einen ganz, ganz tollen Beat-Mechanismus, weil ihr Arbeiter habt, die ihr auf bestimmte Karten setzt, wenn ihr die haben wollt oder eher über Karten. Und wenn ihr der erste Arbeiter über einer Karte seid, dann habt ihr auf jeden Fall das Erstkaufrecht. Aber je nachdem, wie viele Spieler sich für die Karte interessieren, desto teurer wird die Karte. Das heißt, wenn ich als erster Spieler auf dieser Karte stehe, kann ich sagen, okay, ich kaufe die Karte für ein Heidengeld und ihr alle, die eure Arbeiter da auch hingeschickt habt, geht leer aus. Oder ich kann sagen, nee, ich passe, dann ist der nächste Spieler, der seinen Arbeiter da hingeschickt hat, an der Reihe zu zahlen und es wird günstiger, weil jetzt ein Arbeiter weniger an dieser Karte interessiert ist. So kann ich auch quasi, ich habe einen Arbeiter hingeschickt, dann hat ein Gegner zwei Arbeiter hingeschickt und ich schicke nochmal eine Arbeiter hin. Und wenn mein erster Arbeiter passt und der Gegner mit zwei Arbeiten passt, kriege ich sie für ganz, ganz wenig Geld am Ende doch noch. Und dieses Hin und Her funktioniert super mit zwei, mit drei, mit vier Spielern. Tolles Spiel, was auch nicht ewig dauert. Also gerade zu zweit oder zu dritt kriegt man das locker unter 60 Minuten fertig. 45 vielleicht sogar, wenn man es schon ein paar Mal gespielt hat. Ein Spiel, was ich sehr gerne mag. Auch deswegen, weil diese Karten, es kommen zwar immer alle Karten raus, also werden angeboten, aber die Reihenfolge und man kann sich, weil das Geld so knapp ist in dem Spiel, niemals alle Karten kaufen. Und es gibt ganz viele Sonderfähigkeiten, die einem die Karten verleihen, dass man mal eine Bietpause machen kann und andere vorlassen kann beim Bieten und man kann eine Karte umsonst erwerben mal oder sowas. Also sehr viele Bietmechanismen in einem verwurschtet hier. Sehr enges Geldmanagement muss man da betreiben. Also man hat nicht viele Möglichkeiten, Sachen zu kaufen und Geld zu bekommen ist nicht so einfach. Man muss Aufträge erfüllen durch Schiffe, die in den Hafen kommen, in den verschiedenen Jahreszeiten. Man muss ein großes Feuer oder mehrere große Feuer abwenden und Feuerwehrmänner einstellen. Denn je mehr ich darüber nachdenke, desto eher klingt es vielleicht wie ein Feld, aber es fühlt sich nicht so an wie ein Stefan-Feld-Spiel. Also ein Spiel, was ich auch sehr gerne mag und auch die Erweiterung, falls ihr sie irgendwo sieht, wirklich toll, weil einfach nochmal ein paar mehr Karten reinkommen, die noch ein bisschen mehr Varianz in das Spiel bringen. Sehr, sehr cooles Spiel. Die Speicherstadt und Hamburg als Thema sehr, sehr schön gezeichnet. Ihr seht, das Cover ist schon sehr schön und auch die Karten verleihen mir immer so ein bisschen das Gefühl, wieder in Hamburg zu sein. Eine Stadt, die ich sehr, sehr gerne mag. Nummer 38, das Gegenteil von der Box, ist eine sehr kleine Box, die Speicherstadt, eine Riesenbox hier. Bloodrage. Bloodrage ist ein Kartendrafting-Spiel, wobei ich glaube, wenn man das so im Schrank stehen sieht, würden viele sagen, das ist ein Miniaturenspiel. Es sind auch ganz viele Miniaturen drin. Ich kann das hier auf der Box auch sehen, da seht ihr ganz, ganz viele drin. Aber die Miniaturen sind nur Mittel zum Zweck. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, vielleicht wisst ihr es auch schon von mir, ich bin nicht so der Miniaturen-Fan, weil für mich ist das eher ein Mittel zum Zweck, das Spiel zu spielen. Das könnte man genauso gut mit Pappaufstellern machen. Pappaufsteller sehen nicht so cool aus, ja. Miniaturen sind cooler, aber ich bemale sie nicht. Das heißt, in dem Aspekt sind vielleicht Pappaufstellern zumindest farbenfroher im ersten Moment. Aber darum geht es hier auch gar nicht, sondern es ist ein Area-Control-Spiel, also wo man bestimmte Gebiete kontrollieren muss, wo man auch ein bisschen kämpfen muss. Aber die Kämpfe sind nicht, also jetzt nicht direkt sagen, nee, ich springe zum nächsten Spiel, weil das ist nichts für mich, Kämpfen und sowas. Habe ich auch gedacht. Aber es ist nicht so wirklich Player gegen Player, also Spieler gegen Spieler, die sich dann gegenseitig die ganze Zeit an der Kehle sind, sondern man kann dieses Spiel auch gewinnen, wenn man keinen einzigen Kampf gewonnen hat im Laufe des Spiels. Weil durch diese Karten, die man sich zusammen draftet, auch Verlieren eine richtig gute Option sein kann. Also auch wenn alle seine Helden und seine Charaktere und seine kleinen Handlanger sterben, kann man davon unfassbar viele Punkte sammeln. Und das ist eine Faszination, die dieses Spiel für mich ausmacht, weil es dieses, egal was ich mache, ich habe immer noch eine Chance zu gewinnen. Auch wenn ich den Kampf jetzt verliere und er eigentlich wichtig für mich war, kann ich mit meiner Taktik immer noch umschwenken und sagen, okay, dann probiere ich jetzt halt viele Punkte aus dem Valhalla, also dem Reich der Toten, zu bekommen. Nichts bei dem Spiel ist irgendwie aufgesetzt. Es gibt keine unnötige Regel bei dem Spiel. Es ist schnell erklärt. Es ist ein bisschen, dass Leute manchmal so ein, vielleicht sagen, ah, ist das wirklich mein Thema? Mein Thema war es auch nicht ganz. Auch vom Namen her. Aber ich bin tatsächlich ein großer Fan von dem Spiel geworden. Offensichtlich, weil es meine Nummer 38 ist. Und ich habe mit keiner Erweiterung jemals gespielt. Und trotzdem habe ich das Spiel schon sehr, sehr häufig gespielt. Und kein Spiel läuft wie das andere, muss ich wirklich sagen. Sehr beeindruckend, Blood Rage, Nummer 38. Nummer 37 ist eins der Spiele, die im letzten Jahr erschienen sind. Die Architekten des Westfrankenreichs. Ich habe schon häufig davon erzählt, es gibt auch ein Review zu dem Spiel von mir. Es ist Worker Placement mal ein bisschen anders, weil ihr einen riesen Pool an Arbeitern habt, die aussendet und am Anfang denkt, ihr kommt niemals in Arbeiternot, weil ihr immer Arbeiter haben werdet. Und irgendwann kommt der Punkt im Spiel, wo ihr denkt, oh, verdammt, ich habe kaum noch Arbeiter. Jetzt muss ich mich irgendwie darum bemühen, doch noch Arbeiter wieder zu bekommen. Dann gibt es dieses coole System, dass man, wenn man einen Arbeiter irgendwo hinschickt, einen kleinen Effekt bekommt, aber der Arbeiter bleibt da. Und wenn ihr zwei Arbeiter in der späteren Runde da hinschickt, zum gleichen Ort, kriegt ihr mehr und mehr. Und je mehr Arbeit, die ihr dann an einem Ort ansammelt, desto mehr wird euer Benefit, den ihr dafür bekommt. Und bis ein anderer Spieler vielleicht sagt, Moment mal, Flo, du sammelst da gerade in dem Steinbuch mir viel zu viele Steine. Ich verhafte deine Leute jetzt. Es ist mir zu viel Klingel da. Euch sammle ich jetzt ein und kriege dafür noch Geld, wenn ich die in den Knast schmeiße später. Sehr cooles Konzept für ein Worker Placement Spiel, also Worker Placement per Definition bietet ja meistens sehr viel Interaktion, auch zwischen den Spielern. Aber bei dem Spiel durch dieses Einsperren der gegnerischen Figuren noch mal mehr. Und es hat für mich seit Jahren wahrscheinlich sogar mit das innovativste Worker Placement Gefühl für mich ausgelöst. Das ist sehr subjektiv, weil ganz, ganz viele Spiele probieren Innovatives zu machen. Aber bei mir hat das einen Nerv getroffen, der mein Worker Placement Herz hat höher schlagen lassen. Deswegen Architects of the West Kingdom oder das deutsche Architekten des Westfrankenreichs. Ein sehr, sehr cooles Spiel tatsächlich. Nummer 36, ein absoluter Klassiker, von dem viele wahrscheinlich von euch auch gehört haben. Puerto Rico. Ich hoffe, die Box ist jetzt nicht komplett durcheinander. Habe ich letztlich tatsächlich noch mal gespielt und ich war immer so der Meinung, ja, ist wahrscheinlich zu Recht ein gutes Spiel geworden, ja, und auch so weit oben bei Board Game Geek und in allen möglichen Listen von Vielspielern. Aber lange nicht mehr gespielt, ist aber ganz gut. Und ich habe es neulich noch mal gespielt und dachte mir, boah, ist das ein wahnsinnig gutes Spiel einfach. Es ist einfach zu Recht ganz lange Nummer 1 auf Board Game Geek gewesen. Ganz viele Leute bezeichnen es als ihr Lieblingsspiel. Und das liegt nicht nur daran, dass kein Glück in dem Spiel ist und es eher so, also wenn ich jetzt Schach ähnlich sage, ist halt überhaupt nichts mit Schach gemeint, aber Schach wird ja auch immer so als sehr strategischer Klassiker genommen. Das ist bei dem Spiel auch so. Die Spiele können unterschiedlich verlaufen, weil ihr euch entscheidet, wofür ihr am Ende Punkte sammelt und es so ganz teure Gebäude gibt, die ihr kaufen könnt, wo ihr dann selber dann entscheidet, weil da immer eine Auslage ist, für welches von diesen Gebäuden ihr euch entscheidet und wofür dieses Gebäude euch Punkte bringt. Es geht darum, Produktionsketten zu bauen, sich die eigenen Plantagen und die Produktionsgebäude zu sichern. Dann, was ich bei Spielen mag, weil normalerweise Eurogames häufig daran leiden, dass sie nicht so viel Interaktion haben. Hier ist es so eins dieser Spiele, wo ihr eine bestimmte Phase auswählt oder eine Rolle auswählt und jeder am Tisch dann dieser Rolle folgt. Also ihr wählt die Aktion dieser Runde für jeden aus, aber ihr selber, der die Aktion ausgewählt hat, kriegt noch einen Bonus. Also ihr seid noch ein bisschen besser dran in dieser Runde. Und das geht immer wieder um den Tisch, auch sehr ausgeglichen. Wie gesagt, kein Glück im Spiel. Man muss schon gucken, was machen die Nachbarn, um seine Rolle klug auszuwählen, damit man sich selber den größten Bonus gibt und nicht quasi andere Leute davon profitieren lässt, welche Rolle man selber ausgewählt hat. Sehr faszinierend. Ein Spiel, glaube ich, was neue Spieler, wenn sie gegen Leute, die das schon ein paar Mal gespielt haben, keine Chance haben werden. Aber ein Spiel, je häufiger ich das gespielt habe, desto mehr hat es sich zementiert bei mir als, ja, das ist wirklich ein wirklich, wirklich fantastisches Spiel. Es ist einfach richtig, richtig gut. Puerto Rico, Nummer 36. Nummer 35 ist so ein bisschen das Gegenteil. Von dem Spiel habe ich ganz, ganz selten was gehört. Ich bin ein Fan von City Building, also Stadtbauspielen. City Building gehört irgendwie cooler an als Stadtbauspiel, oder Stadtbauspiel. Prosperity ist das Spiel. Von den Designern Rainer Knizia und Sebastian Bleasdale. Und wie gesagt, ich habe von dem Spiel so selten was gehört, obwohl das vollkommen zu Unrecht ist, weil das ein super, super tolles Spiel ist. Ihr baut eine Stadt, und es ist ein sehr aktuelles Thema auch, weil ihr probiert, Umweltverschmutzung in euren Städten runterzubringen, aber den Energieverbrauch trotzdem noch zu decken. Es gibt zwei große Leisten. Eine ist Umweltverschmutzung, eine ist Energieverbrauch eurer Stadt. Und es ist so eine permanente Verschiebung von irgendwelchen Problemzonen, weil jede Runde, also jedes Plättchen, was aufgedeckt wird, und wenn jeder Spieler dran ist, wird ein Plättchen aufgedeckt, wird irgendwas gewertet. Entweder eure Umweltverschmutzung, oder euer Energieverbrauch, oder eure Forschung, die in die Höhe steigt, wodurch ihr Plättchen günstiger kaufen könnt, und ihr eure Stadt verbessern könnt, bessere Kraftwerke, bessere Infrastruktur bauen könnt. Und all das sieht in dem Spiel leider sehr abstrakt aus. Das ist das Einzige, was ich dem Spiel negativ anlasten kann, weil ein bisschen verschlafen wurde, finde ich, das Thema noch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Es ist sehr wirtschaftlich, aber leider bleibt das Thema dann so ein bisschen zurück, wobei ich mich dann schon sehr reinversetzen kann, muss ich sagen. Und dieses, was werten wir diese Runde? Und man kann so ein bisschen darauf pokern, okay, ich hoffe, dass wir jetzt noch nicht den Energieverbrauch werten, weil dann kriege ich ganz, ganz viele Minuspunkte, muss ganz viel Geld abgeben. Hingegen, wenn jetzt der Umwelterfolg gewertet wird erstmal, dann habe ich richtig gut vorgelegt, weil dann kann ich jetzt ganz, ganz viel von meiner schlechten Luft quasi verbrauchen und meine Stadt noch ein bisschen mehr hervorputzen. Wirklich ein sehr cooles Spiel. Jedes Mal, wenn ich das spiele, habe ich so ein Grinsen auf dem Lippen und denke mir, es ist schon witzig irgendwie dieses, okay, jetzt gehe ich kurzzeitig voll auf Energiegewinnung, um dann aber, wenn das nächste Mal Umwelt gewertet wird, zu sagen, nein, Energiegewinnung ist mir doch vollkommen egal, jetzt gehe ich wieder auf Umwelt. Man kauft sich dauernd andere Sachen zusammen, andere Plättchen zusammen, um diese, wie ich gerade gesagt habe, diese Problemzone wieder ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, um dann die Waage im nächsten Zoo wieder komplett auf die andere Seite zu stellen. Also sehr cooles Spiel, sehr, sehr bestrafend teilweise, also wenn man dann mal daneben liegt mit seinem Pokern und es ist gar nicht so viel Glück, wie es sich jetzt anhört, dann kann es schon schon mal ein bisschen in die Hose gehen, aber man kann sich immer davon erholen und denkt sich immer, ja, okay, war ich halt ein bisschen zu gierig, was den Energieverbrauch anging oder den, ich habe ein bisschen die Umwelt einfach vernachlässigt oder ich habe jetzt einfach kein Geld mehr, um mir neue Sachen zu kaufen. Sehr, sehr cooles Spiel. Prosperity, für mich eines der besten Stadtbauspiele überhaupt, muss ich tatsächlich sagen. Nur leider hört man so selten davon. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet, weil über das Spiel, wie gesagt, habe ich ganz selten was gehört. Ich hoffe, es ist so bekommen. Ich hoffe es. Kommen wir zu Nummer 35, nein, 34, ist diese Riesenbox hier, Dinosaur Island. Das ist das Spiel, was ich meinte, was dieses Jahr rauskommt beim Feuerland Verlag. Ein riesen schweres Spiel, ohne Ende Sachen drin und es ist quasi Jurassic Park, das Brettspiel, wo ihr euren eigenen Dinosaurierpark managt. Probiert, dass die Dinosaurier eure Zuschauer nicht fressen, aber ihr schon Zuschauer in den Park holen wollt, also schon die gefährlichsten Dinosaurier ausstellen wollt. All das im Mantel eines Worker Placements spielt, eines durchaus komplexen Worker Placements Spiels. Es gibt verschiedene Phasen, verschiedene Arbeiter, die ihr in den Phasen einsetzen könnt. Ihr müsst DNA-Würfel sammeln, um die Dinosaurier zu klonen. Ihr müsst gucken, dass, wie gesagt, die Security in eurem Park so hoch ist, dass die Zuschauer nicht irgendwann dann tatsächlich als Futter enden. Und was ich so gerne mag bei dem Spiel ist, dass auch hier kein Spiel wie das andere verläuft. Es ist so ein Muster, was sich durch meine Liste zieht, aber ich mag es gerne, wenn jedes Spiel, auch wenn wir es direkt zu meinem Miteinander spielen, komplett anders laufen kann und ich meine Taktik für dieses Spiel oder meine Strategie, die ich mir vorher zurechtgelegt habe, sagen kann, okay, diesmal probiere ich was vollkommen anderes. Und hier kann man dann sagen, okay, ich probiere jetzt mal einfach komplett andere Spezialfähigkeiten zu nehmen. Oder es gibt so Beraterkarten, die man haben kann, die einem spezielle Fähigkeiten verleihen, die das Spiel dann schon mal komplett in eine andere Bahn lenken, weil sie einem sagen, okay, du bist jetzt, Flo, sehr gut im Dinosaurier aufpassen oder du bist einfach gut im, Leute, es gibt so, das ist sehr witzig, man zieht aus einem Beutel seine Besucher, kann sich manchmal echt darüber ärgern, weil es gibt ganz normale Besucher und dann gibt es noch so Rowdies, Hooligans, genau, die in den Park kommen können und die einfach keine Eintritt zahlen, die einfach nur blöd sind und die auch, ja, die keiner in seinem Park haben will einfach, die vielleicht noch was zerstören und ich bin vielleicht dann mit einer Spezialfähigkeit gut, die einfach aus meinem Park wieder rauszuschmeißen, weil die keiner drin haben will. Ein sehr, sehr cooles Spiel, was vor allem auch optisch ordentlich was hermacht. Das hat diesen typischen 80er Jahre Look, seht ihr auch hier von der Box ja schon, diese Miami-Weiß-Farben, sehr, 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 sehr cool. Nehmt nur, sollte ich euch vorwarten, dann unfassbar viel Platz auf dem Spieltisch weg, also gerade zu zweit auch muss man schon einen richtig großen Tisch haben, zu viert, wirklich, sollte vielleicht zwei Tische zusammenschieben, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr cooles Spiel, wo ich mich sehr darauf freue, dass das im Deutschen endlich rauskommt. Nummer 34, Dinosaur Island. Nummer 33, auch ein Klassiker, ich habe heute noch geguckt, ist inzwischen Nummer 4, Nummer 4, bei Board Game Geek, also bin ich nicht der Einzige, der die Spiele sehr gerne mag. Terraforming Mars ist das Spiel und auch hier soll ich vielleicht vorsichtig sein, wie ich den Karton halte. Terraforming Mars ist ein sehr bekanntes Spiel inzwischen, wo ihr probiert, den Mars zu besiedeln, aber der beste Unternehmer zu sein, der das macht, mit verschiedenen Möglichkeiten. Was ich bei dem Spiel so mag, ist es ein Engine Builder und es ist so ein Spiel, wo es plötzlich eskaliert. Es eskaliert einfach, weil ihr am Ende des Spiels bis zu 40, 50 Karten vor euch liegen habt, die ihr ausgespielt habt, schön fein selberlich sortiert mit Symbolen drauf, die euch Bonis geben, die euch Punkte geben, dann gibt jede dritte, vierte Karte auch nochmal Bonuspunkte für irgendwelche Marker, die ja auf den Karten liegen oder Städte, die auf der Mars-Oberfläche gebaut wurden oder eine andere Farbe von Karten oder Ozeanplättchen, die auf dem Mars liegen. Also wirklich sehr komplex, aber ohne allzu viele Regeln. Also auch das Spiel ist schnell erklärt und auch das, wenn ihr mich kennt, ist ja ein Mechanismus oder ein Prinzip von Spiel, den ich sehr gerne mag. Komplexe Spiele, die aber mit nicht zu vielen Regeln auskommen, sodass ich neue Spiele auch durchaus früh davon begeistern kann und diese ganze Komplexität sich erst nach und nach im Spiel offenbart, sodass wir einfach mal anfangen können und dann man im Laufe des Spiels merkt, ah, okay, so läuft der Hase deswegen, okay, ich habe ganz schön viel Freiheiten hier und da und das ist bei dem Spiel definitiv und wenn ich so über dieses Spiel nachdenke, ist eines meiner Lieblingsaspekte auch dieses Hidden Scoring. Also es gibt zwar eine Siegpunktleiste, die aber im Prinzip eigentlich nur Einkommen zeigt während des Spiels und man hat so viele Karten, die einem Punkte bringen, dass niemals abzusehen ist, wer gerade vorne ist wirklich. Zumindest war das bei mir immer so. Ich hatte, wenn ich das Spiel gespielt habe, egal ob zu zweit oder zu dritt, ich glaube zu viert habe ich es noch nicht gespielt, weil das Spiel so schon immer sehr lange dauert. Also es ist wirklich ein abendfüllendes Spiel, wo ihr euch wirklich hinsetzen müsst und sagen, so jetzt spielen wir einmal eine Runde Terraform im Mars und dafür haben wir dann aber auch drei Stunden Spaß. Vielleicht zweieinhalb, aber drei Stunden manchmal schon. Und dann bin ich aber nie sicher, wer ist gerade überhaupt in Führung, weil einfach echt so viele Karten vor mir liegen habe und ich weiß, ich kriege noch ganz viele Punkte durch diese Karte. Aber was meine Nachbarn gerade machen, ich sehe zwar, was die auf dem Mars bauen, das machen wir alle zusammen auf einem zentralen Spielfeld, aber was die für Karten vor sich aussehen, keine Ahnung wirklich. Es ist manchmal, man kann mit so ein bisschen Drafting auch das Spiel spielen als Variante, was wir immer machen, um seine Karten auszuwählen. Keine Karte ist wie die andere und es gibt ein Kartendeck mit den Erweiterungen inzwischen von gefühlt 200 Karten, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gefühlt schon. Also auch hier läuft kein Spiel wie das andere. Sehr, sehr cooles Spiel tatsächlich. Durchaus thematisch, wobei das Thema bei mir gar nicht so in den Vordergrund rückt, ist aber ein hoch thematisches Spiel für mich tatsächlich. So gut umgesetzt, wie man es halt kann, wenn man was macht, was in der Realität noch nicht passiert ist. Sehr cooles Spiel tatsächlich, Terraforming Mars. Solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das 32 beste Spiel aller Zeiten, meiner Meinung nach, ist Muse, in dem Fall Muse Awakenings oder das normale Muse, ist im Prinzip dasselbe Spiel und ist ein Partyspiel. Und ich habe euch letztes Mal schon gesagt, ich habe ein bisschen Probleme gehabt, wo packe ich Partyspiele und kleinere Spiele mit rein. Weil Terraforming Mars, ja, riesenlanges Spiel, aber in der Zeit kann man, 20 Runden hiervon spielen, vielleicht sogar 30 Runden. Sehr cooles Spiel, auch letztlich auf einer Party nochmal gespielt. Ein Spiel, in dem man so ein bisschen diese Dixit oder diese Mysterium Karten hat, so Tarot große Karten, wo ein unfassbar schönes Artwork drauf abgebildet ist. Sachen, die, also ein bisschen so wie dieses Cover hier, Feen und Tiere, Elefanten, Sachen aus der richtigen Welt, Sachen aus der Fantasiewelt, alles auf einer Karte zusammen, tatsächlich, ihr seht ja hier auch Einblendungen, und es zwei Teams gegeneinander gibt und ihr als Team überlegt, wie mache ich es dem Gegner besonders schwer, mit diesem Tipp, den er geben muss. Und da sind Tippkarten dabei, wie zum Beispiel, du musst den Begriff mit dem Finger in die Luft zeichnen oder du musst ein Auto nennen oder ein Fahrzeug nennen, mit dem du den Tipp beschreibst oder diese Karte deinem Team beschreibst. Und wir wählen aber vorher die Karte aus, aus der Kartenhand, aus der das Team auch nachher auswählen muss, welche Karte wohl gemeint ist und probieren es natürlich besonders schwer und gemeint zu machen. Und dieses Abwägen vom eigenen Team, was geben wir jetzt dem gegnerischen Team für eine Kartenkombination, welche Tippsorte geben wir ihm, also muss er es wirklich mit dem Finger in die Luft malen oder muss er den Tipp singen oder wie gesagt eine Automarke oder sowas nennen oder eine Veröffentlichung von einem Buch nennen und dann auch dieses, wenn ich die Muse bin und meinem Team das erklären muss und denke, ach Gottchen, ich weiß, dass mein gegnerisches Team bestimmt es besonders gemein gemacht hat. Das heißt, dieser augenscheinliche Hinweis, den ich jetzt geben könnte für diese Karte, die mir direkt in den Sinn gekommen ist, da könnte aber noch eine Karte dabei sein, die ich noch gar nicht gesehen habe, die das total schwierig macht, dann für mein Team das rauszufinden oder haben sie einfach nicht dran gedacht. Und all das hatte ich schon, eine Runde ist in, also eine Runde, wo einer die Muse ist, ist es wirklich in zwei, drei Minuten gespielt. Meistens wird das Spiel bis zu einer bestimmten Punktzahl gespielt, aber ich finde, wie so viele gute Partyspiele sind die Punkte mir bei dem Spiel vollkommen egal. Es wird halt so lange gespielt, bis keiner mehr Lust hat oder keiner mehr lachen kann, weil man bei dem Spiel, wie bei vielen Partyspielen, auch ganz gut lachen muss tatsächlich. Und das ist, finde ich, das Zeichen eines coolen Spieles. Man spielt das dann für zwei Stunden und hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Sehr, 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 sehr cool und auch cool, um neue Leute kennenzulernen und in eine Gruppe zu integrieren, weil man seiner Fantasie einfach freien Lauf lassen kann. Sehr cool. Muse oder Muse Awakenings. Und zum letzten Spiel von diesem Tag, ein Spiel, was ich tatsächlich nicht hier habe und ein Spiel, wo ich mich ein bisschen rechtfertigen muss. Das Spiel heißt Sidereal Confluence. Und warum ich mich rechtfertigen muss, ich habe dieses Spiel erst anderthalb Mal gespielt. Wir hatten ein Probespiel und da muss ich auch gleich noch eine Anekdote zu erzählen. Es ist ein komplett asymmetrisches Spiel, wo ihr im Weltraum handelt. Ein Spiel, was ungefähr so zwischen anderthalb und drei Stunden dauern kann, wo es nur um das Handeln geht und seine Special Player Powers, also man hat eine komplett andere Fraktion als alle anderen Leute am Tisch und spielt auch eigentlich ein fast komplett anderes Spiel als alle anderen Leute am Tisch. Also zum Beispiel gibt es eine Fraktion, die ganz, ganz viele Rohstoffe gewinnt, aber die nicht mal für sich selbst nutzen kann. Also man kann seine eigenen Rohstoffe nicht nutzen, sondern muss sie weghandeln und kann dann quasi nur von anderen Leuten handeln oder von anderer Leute Rohstoffe sich selber verpflegen. Und dieses komplett andere Spielen wie alle anderen und das Handeln am Tisch führt dazu, dass wenn es in der Handelsphase, und die ist Echtzeit, also ich glaube, acht Minuten oder so was, dann wird das gestoppt und dann ist so ein bisschen wirklich kurz die lauteste Phase am Tisch und ich gebe dir zwei weiße und einen roten Würfel für meine zwei blauen Würfel. Aber warte mal, okay, du hast keine zwei blauen, das heißt, wir können eine Dreiwegehandel machen. Also wenn du die zwei blauen Würfel von dem Spieler an den gibst, dann kriege ich meine Sachen super, super aufwendig. Also nicht mal aufwendig, was die Regeln gibt, aber super aufwendig. Man muss viel Hirnschmalz einsetzen, um dieses Spiel zu spielen, was ich aber sehr, sehr cool finde. Und warum mich dieses Spiel so fasziniert hat, es gab, wir waren auf der Dice Terror Cruise am Anfang dieses Jahres und ich hatte das Spiel noch nicht gespielt und wir hatten das Spiel aufgebaut und haben die ersten Runden gespielt und ich glaube, es geht über sechs Runden oder sowas. Und da hatten die ersten anderthalb Runden gespielt und dann fällt dem, der es uns erklärt hat, auf, oh, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Wir müssen es nochmal neu aufbauen. Da hatten wir schon anderthalb Stunden gespielt und ich war mit einer Freundin da und die Freundin ist nicht so, für komplett lange Spiele zu haben. Und ich dachte mir so, okay, das Spiel sollte zwei Stunden ungefähr dauern, wurde uns gesagt und nach anderthalb Stunden haben wir eine Runde gespielt und jetzt müssen wir nochmal komplett von vorne. und ich gucke so über den Tisch und die Freundin ist so, guckt mir nicht in die Augen. Ich so, oh, sie wird es nicht wirklich genießen. Und dann haben wir das Spiel nochmal aufgebaut und ich wollte aber auch keinem sagen, dass wir jetzt vielleicht dann doch lieber gehen, weil dann hätte man das Spiel gar nicht mehr spielen können, weil man schon eine große Gruppe braucht. Also ich glaube, wir haben es dann zu sechst oder zu siebt gespielt. Und dann haben wir das Spiel neu aufgebaut und die erste Handelsphase begann und ich höre nur, das erste, was ich höre, als der 8-Minuten-Timer losgeht, meine Freundin, die sagt, so, zwei rote Würfel, ich bin, ich nehme das, aber pass auf, du kannst mir direkt das hier geben und sie war vollkommen im Thema. Sie hatte mir nur deswegen nicht in die Augen geguckt, weil offensichtlich sie schon am Pläne schmieden war, wie sie diese neue Runde angeht. Und in dem Moment war meine ganze, der ganze Ballast von mir abgefallen. Ich dachte, okay, wir können das Spiel alle genießen, sehr cool. Und es war nicht mal, weil sie, ich stehe trotzdem nicht auf lange, lange Spiele und es ist ein relativ langes Spiel, aber dieses Handeln, wenn man verhandeln mag und wirklich alles für alles handeln kann, ist extrem faszinierend und diese anderthalb Spiele, die ich hatte, waren mit die beste Spielzeit, also das beste Brettspiel, was ich jemals, oder die beste Brettspielzeit, die ich jemals hatte, unfassbar beeindruckend tatsächlich. Natürlich kann man jetzt sagen, es werden nur noch von 30 anderen Spielen, die ich in weiter höher auf meiner Liste habe, gebrochen, aber trotzdem, dieses Spiel wird mir auf ewig im Kopf bleiben, weil es witzig war, spannend, anspruchsvoll, was das Handeln anging und man die Leute nochmal von der anderen Seite kennenlernt, weil ich glaube, ihr habt auch Leute in eurem Spielerumfeld, die zu kompletten Tieren werden, wenn es ums Handeln oder ums Spielen geht, auf positive Art. Vielleicht, dass ich auch ein bisschen besser positionieren kann, als man eigentlich dasteht oder ein bisschen schlechter, je nachdem, und ein bisschen Mitleid einheimen kann, um dafür noch ein paar Rohstoffe am Tisch zu sammeln. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Ihr merkt, ich komme ins Schwärmen. Ein Spiel, was, wenn ihr es habt und eine richtige Gruppe und den richtigen Abend im richtigen Mood, also in der richtigen Verfassung seid, dieses Spiel zu spielen, dann tut euch das wirklich mal an, weil es sehr, 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 sehr cool und sehr beeindruckend ist. Wirklich ein Spiel, wie kein anderes, was ich jemals gespielt habe. Ciderial Conference. Sehr, sehr cool. Das waren meine Top 40 bis Top 31. Gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr denkt, ah was, wie kannst du ein Spiel auf Nummer 31 tun, was du nur einmal gespielt hast? Ja, habe ich mir auch gedacht, aber im Endeffekt ist es da gelandet. Oder was ihr von den anderen Sachen haltet, die auch vielleicht dieses Jahr noch rauskommen, mit Dinosaur Island zum Beispiel, würde ich gerne alles lesen und vielen Dank für die ganzen Abonnenten und wir sehen uns bei der nächsten Liste. Freue ich mich drauf. Ciao. 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 Ciao.